Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wo ist Knichel zu sehen? Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch ab und zu auch mal hier auf meinem Kanal zeige, beziehungsweise dahin verweise, wo ich denn als Schauspieler überall zu sehen bin. Das mag ja TV-Werbung sein manchmal oder andere YouTube-Kanäle oder was auch immer. Und das bekommt ihr hier natürlich alles zu sehen. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß immer alles schon als erstes, was ich so erlebe und wo ich zu sehen bin. Deswegen folgt mir auch gerne da. Aber diesmal wollte ich euch gerne zwei Musikvideos vorstellen, in denen ich mitgewirkt habe. Und zwar sind das sehr unterschiedliche Musikvideos, aber sehr, sehr schöne Musikvideos auch. Wer zum Beispiel eine schöne Bildgewalt sehen möchte und auch schöne Kamerafahrten und mich vor allen Dingen einmal in einer richtig geilen Karre sehen will, und zwar als Cowboy, der sollte sich auf jeden Fall dieses neue Musikvideos von den Celtic Cowboys ansehen. Stau. Ich stehe im Stau. Und klickt da gerne mal rein und schreibt unten gerne was Nettes in die Kommentare. Und das ist aber nicht das einzige Musikvideo, in dem ich zu sehen bin. Nein, nein, auch in dem neuen Musikvideo von Marlene Mercedes. Ja, und zwar heißt das Adrenalin. In diesem Video verkörpere ich den Mr. Adrenalin, quasi das personifizierte Adrenalin. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich da unter dem Musikvideo ganz viele Kommentare von euch lese. Vor allen Dingen schreibt der Marlene mal was ganz, ganz Nettes, weil ich weiß, dass sie unwahrscheinlich viel Arbeit und Herzblut in dieses Lied gesteckt hat und auch in das Video dazu. Und ja, deswegen freue ich mich über ganz viele Kommentare auch unter dem Video. Hier könnt ihr euch nochmal alles anklicken, auch die Playliste, in der ich zeige, wo ich noch so überall zu sehen bin. Und ansonsten wünsche ich uns zusammen hier auf diesem Kanal noch weiterhin ganz viel Spaß. Bis bald, euer Knichel!